So, Einhell Akkus gekauft, heute kommen wir gleich ausprobiert, voll klein, was man mit der Einhell lag macht, waren hübsch schnell, meine 4 Amperestunden Akkus, die Originalen von Einhell, weil die sind jetzt keine Originalen, halten doppelt so lang. Also, ich habe es dann noch nicht mehr aufgeladen, nur um es nicht mehr genau zu verifizieren, passt, die sind absolut beschissen, diese Akkus, die haben Maximum 2 Amperestunden, da steht 6 drauf, nein. Und, er ist noch nicht einmal so schwach, wie der 4 Amperestunden Akku, also, totaler wird's, ich denke, da sind 3 Amperestunden drin, aber abhängig ist die Qualität, die, die nur 2 Amperestunden machen, wahrscheinlich, oder 2,5, genau. Ich habe es dann noch einmal aufgeladen, alle 2,1 Amperestunden, und dann bin ich auf 2,5 Amperestunden gekommen, was ich reinladen kann. Kauft keine 6 Amperestunden Akkus, egal, für wofür ein Typ, das ist jetzt Einhell, weil derselbe bietet auch für Milwaukee und Konsorten an, und die war halt dann so, die sind alles Lügen Akkus, Lithium-Ion Akku. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre vorbei mit der Lügerei. Okay. Also, da sind ja auch die Lüg relocation.